Hallo Redaktoren von Glanz & Gloria und hallo Chef von Glanz & Gloria. Mein Name ist Gülsha Adili. Ich würde den Namen natürlich auch ändern, wenn ihr mich als neue Moderatorin nehmen würdet. Ich bin auch komplett offen und versuche sogar jetzt schon via Social Media, ich bin auch Social Media aktiv, einen neuen Namen zu suchen. Wie ein Hashtag Neuer Name für Gülsha. Gabriela fände ich zum Beispiel noch schön. Ich kann gut moderieren, ich lese immer alles, was im Blick von 20 Minuten steht. Und ich habe auch so Augen, die so aussehen, als hätte ich Fieber. Sie glänzen, genauso wie bei Sarah Hildebrandt. Vielleicht helfe ich manchmal auch ein bisschen nach und träufle Terpentine, aber hauptsache die Augen glänzen, nicht wahr? Wenn ihr möchtet, würde ich jetzt gleich noch einen Clip anmoderieren. Das war einfach so. Ja. Kirstin Cook. Sie ist mittlerweile 550 Gramm schwerer. Das halbe Kilo hat sie sich aber nicht angefuttert. Nein, sie hat sich Brüste machen lassen. Und zwar mit Implantat unter dem Muskel, sodass es sich wirklich fantastisch anfühlt und nicht einfach so hart. Das aber später, bei Glanz & Gloria. Zuerst kommen wir zu etwas anderem. Und zwar zu dem Comic-Duo Divertimento. Sie machen momentan eine kleine Pause. Wieso? Interessiert niemand. Aber trotzdem schauen wir uns doch hier einen kleinen Beitrag an.